Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS19 aus Stappenbach in Oberfranken aus Anno-Dazumal. Und ich bin heute ein bisschen klarer als gestern. Gestern waren ja irgendwie unsenkbare Kopfschmerzen hier und heute geht das Ganze wieder von der Hand. Die Tablette wirkt. Heute ist wieder alles ganz gut. Ich muss jetzt hier meine Grasfläche mähen. Irgendwie hat der Peter das nicht geschafft. Irgendwie wollte er eigentlich das krass gemäht haben. Und irgendwie ist er nicht dazu gekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich das Ganze jetzt hier machen. Ich habe noch eine andere Wiese. Da hat der Peter mir gesagt, wo die ist. Irgendwie über mein Empfinden, dass die Wonders ist. Aber gut. Mal gucken, dass wir die hier erst fertig kriegen. Ich will das Ganze bis morgen liegen lassen. Und morgen dann quasi hier Heu sammeln. Ich weiß noch nicht, ob mein Ladewagen das hier schafft. Aber diese Wiese haben wir uns erst im Frühjahr gekauft. Und die ist ein bisschen sehr steil. Ich weiß nicht, ob unser großer Lanz das hier überhaupt schafft vernünftig. Eigentlich sollte er, also laut Hersteller hat er genug PS, um das zu schaffen. Ich war da mal beim örtlichen Handel und er sagte, eigentlich sollte er diese Hanglage hier schaffen. Aber so ganz weiß ich es nicht. Ich meine, weder Allrad noch sonst was. Also ich bin da noch nicht so von überzeugt. Aber laut unserem Handel sollte er das schaffen. Also schauen wir da mal. Aber ich weiß auch nicht genau, ob das überhaupt alles so klappt mit dem Heu. Denn wir haben jetzt, ja wir haben, es ist eigentlich recht spät im Jahr, um nochmal Heu zu machen. Und ich weiß es nicht. Es kann sein, dass wir da ein Problem kriegen. Erna meinte zwar, das passt, das kriegen wir alles hin. Aber Peter und ich sind da nicht so von überzeugt. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Wenn wir beide davon nicht überzeugt sind, dann kann das durchaus sein, dass das auch nichts wird. Aber wir müssen testen. Wir können es halt nicht so einfach so beurteilen und einfach so frei raus. Sondern wir müssen kommen. Aber jetzt dürfte ich die Wiese ja hier bald schon haben. Oder nur noch die andere Wiese. Ich weiß nicht, was gestern los war. Gestern so starke Kopfschmerzen. Da konnte ich, ihr habt es gesehen, ich bin gegen einen Baum gefahren. Ich musste am Feld anhalten. Also das ist urplötzlich, so von einer auf der anderen Sekunde. So als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Ich weiß nicht, was das war. Hat mich ein bisschen beängstigt. Aber jetzt mit der Tablette geht es. Also ich habe einen Termin gemacht. Bei unserem Arzt. Da muss ich mal gucken, ob der vielleicht irgendwas da noch rausfinden kann. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, der ständig zum Dock rennt. Ich kuriere Sachen lieber selber aus. Sondern ich gehe so wenig da wie möglich hin. Schon die Tablette gestern war schon ein bisschen grenzwertig. Aber gut. Die musste sein, weil ich hätte sonst jetzt hier nicht mehr fahren können. Ich hoffe mal, Peter bringt nachher das Wasserfass mit. Ich habe ihm gesagt, er soll beim Händler vorbei. Wir haben so ein altes Wasserfass und so ein selbstgebautes Holzboden mit Fass obendrauf. Und ich habe ihm gesagt, er soll das vom Händler mitbringen. Das hatten wir da. Weil da musste irgendwas am Fahrgestell gemacht werden. Und wir haben nicht das richtige Werkzeug, um den Tank anzuheben. Viel können wir schon am Hof machen. Aber unsere Werkstatt hat halt weder eine Grube noch irgendeinen Kran, sodass wir jetzt wirklich das Fass runterheben können. Und ich habe damals mit ihm zusammen das Fass aufgebaut. Er hatte gesagt, ich hatte die Idee und die Teile. Und er hat dann gesagt, ich habe einen Kran in der Werkstatt. Und dann können wir das da raufheben. Es war irgendwas am Fahrgestell mit dem. Und Peter war jetzt quasi im Ort. Deswegen war er vorher nicht da. Und er kümmert sich jetzt darum, dass das Ganze gemacht wird. Und bringt das Fass dann mit, weil Erna will Wasser im Garten haben. Das hat er sie ja vorhin gesagt, ich erinnere mich. Und die Kühe wollen auch irgendwann wieder was zu trinken. Und dann wäre es ein bisschen blöd, wenn wir das Wasserfass jetzt nicht da hätten. Weil aktuell haben wir kein anderes. Und wir brauchen auch offiziell kein anderes. Weil unser Fass ist ein schönes Fass. Das ist glaube ich 1000 Liter ungefähr rein. Ungefähr. Und da können wir eigentlich gut mit hantieren. Gut mit arbeiten. So. Das Gras ist schön hoch. Das wird mir richtig schönes Heu hier bringen. Klee muss ich auch noch machen. Wir haben ja noch das eine Klee-Feld. Da vorne. Und Peter und ich. Klee-Silage machen. Für die Kühe. Ja, hier machen wir Heu für die Kühe. Da machen wir dann Klee-Silage für die Kühe. Und. Dann haben wir ja auch noch das Maisfeld. Da freuen wir uns schon drauf. Weil wir haben so einen schönen, schönen Fahrhäcksler. Und. Da sollte das eigentlich wie geschnitten Brot gehen. Bis jetzt haben wir Mais immer. immer nicht gemacht. Meistens war mal so. So die Pflanze, die wir ausgelassen haben. Für die Futterernte. Oder alles. Da jetzt ein Nachbar gesagt hat. Er püttert das in Form von Silage an die Kühe. Und. Ob wir das nicht auch machen wollen. Und da haben wir natürlich gesagt. Wir testen das mal. Und es ist jetzt quasi das erste Jahr. Dass wir uns hier an die. An die Gras-Silage machen. Äh. An die Mais-Silage. Ich bin mal gespannt. Er sagte zwar auch was man. Er würde das auch mit Gras machen. Und. Wir haben auch sonst immer Gras gehabt. Jetzt haben wir dieses Jahr extra nur noch. Zwei Wiesen. Ja. Normal hatten wir noch. Ich glaube zwei. Größere mehr. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Wie das Ganze funktioniert. Ob es funktioniert. Hier müsste ich heute ja auch noch die. Klee-Silage einholen. Also das Kleefeld mähen. Und dann. Und dann auch noch einsammeln. Mal gucken. Ob ich das alles schaffe. So. Hier war es auf jeden Fall rum. Dieses Gras hier ist echt komisch. Irgendwie pflanzen sie das für einen Tierpark an. Das steht ja so komisch in der Reihe. Ich weiß gar nicht wie die das dann machen wollen. Das hat total die. Die Bodenverschwendung eigentlich. Aber ich mische mich da nicht ein. So. Mit Schwung. Das ist noch ein bisschen zu kämpfen. Das ist noch ein bisschen zu kämpfen. Passt. Die Wiese hier oben auch noch. Dann kann die trocknen. Und dann müsste ich eigentlich zum Kleefeld. Müsste mir das auch noch. Ah, das machen wir auch. Das kriegen wir noch hin. Hier ist es noch ein bisschen dunkler hier im Wald. Ich weiß gar nicht, was wir noch an Ernte haben. Ich glaube, wir haben auch noch Karotten. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher, ob wir die vernünftig ernten können. Ne, die waren wir auch. Da hieß es mal, die sind gut für die Kühe. Die können wir da wohl irgendwie mitfüttern. Und dann haben wir da wohl irgendwann mal Karotten angepflanzt. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob wir die überhaupt ernten könnten. Weil ich weiß gar nicht, wer hier im Ort oder im Nachbarort eine Maschine dafür hat. Ich meine, ich muss ja die Karotten auch irgendwie aus dem Boden kriegen. Ich kann die, wir können die schon per Hand aus dem Boden holen. Aber das ist natürlich mit zu drittem irrer Aufwand. Das ist jetzt, das ist kein großes Feld, aber wir sind da natürlich schon eine Zeit lang bei. Weiß ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer auf die Idee kam, Karotten anzupflanzen. Weil eigentlich, eigentlich ist das etwas im heimischen Garten. Ja, Erna hat das bei sich im Gemüsebeet. Da hat sie Karotten angepflanzt, aber eigentlich war das jetzt nichts für den großen Markt. Und jetzt haben wir die Karotten hier. Und die Karotten sind groß. Gestern waren wir mal beim Karottenacker. Und Peter und ich haben uns köstlichst über diese Karotten gefreut. Gott sei Dank haben wir in der Nähe einen kleinen Fluss, wo wir die waschen konnten. Sonst wäre es ein bisschen erdig gewesen. Aber es gibt ja nichts, nichts besseres als Karotten frisch aus der Erde. Die sind, sind schön knackig, sind schön reif. Aber, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie wir die da rausholen wollen. Weil, wenn man sich so das Feld mal anguckt, sind die echt gut gewachsen. Ich bin gespannt. Peter sagte zwar, er kenne da jemanden und der könnte uns da aushelfen. Ich weiß nur nicht, was der hat. Also, wenn er jetzt irgendeine Maschine hat, weiß ich nicht, wie wir die fahren wollen. Wir kennen die nicht. Und ob wir die Personen dann immer damit dazunehmen wollen. Die kosten dann wieder Geld. Und so viel Geld haben wir jetzt am Hof auch nicht, dass wir jetzt hier ständig irgendwem irgendwem da bezahlen können. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das alles laufen soll. Ich bin gespannt. aber wenigstens das hier läuft ich glaube ich kriege auch das Klee noch gemäht bevor ich den Messerbalken wieder schärfen muss weil bis jetzt läuft der hier echt wie geschnitten Brot durch da muss ich jetzt eigentlich noch gar nichts machen begeistert bin ich auf jeden Fall mit dem Ertrag von Gerste und Weizen also was wir dieses Jahr geerntet haben das war mehr als gut also der neue gezogene Drescher da der hat sich echt gelohnt bis jetzt mussten wir alles per Hand war schon gut dass wir so ein Gerät mal gekriegt haben oder uns leisten konnten wenn das jetzt nächstes Jahr auch noch so geht dann sind wir auf einem auf einem richtig guten Weg hier ordentlich Profit zu machen Geld zu verdienen dann können wir uns vielleicht auch mal noch einen größeren also vielleicht noch einen größeren Hof zulegen ein größeres Feld und auf jeden Fall noch ein bisschen ein bisschen mehr Ertrag beim nächsten Mal was ich auf jeden Fall noch wissen oder gucken muss ist wie ich die Felder noch vorbereiten muss also ich denke mal bündetechnisch so viel haben wir glaube ich von unseren Tieren jetzt nicht ich muss mal fragen ob der Nachbar noch was hat Mist könnten wir vielleicht auch und dann müssen wir eh die ganzen Felder grubbern und vorbereiten weiß gar nicht dieses Jahr ich glaube wir können schon aussehen also ich brauche auf jeden Fall auf jeden Fall auf den Äckern die ich da jetzt hatte da war ja jetzt Gerste und Weizen drauf da muss ich gucken dass ich da was anderes anpflanze so dass ich meine Gerste und mein Weizen auf ja vielleicht zum Beispiel auf den Maisschlag oder sowas mache und den Mais dann vielleicht eher auf die beiden Schläge wo ich jetzt war das ganze durchtausche ich weiß nicht wie sich sonst der Boden verhält wenn wir jetzt ständig nur dieselben Sachen da anpflanzen ist das glaube ich auch nicht so gut ich habe jetzt mal drei zwei Jahre oder sowas hatte ich jetzt dasselbe Zeug auf dem selben Feld jetzt beim zweiten Mal war der Ertrag dann da doch ein bisschen schlechter jetzt habe ich ja dieses Jahr gewechselt hab da meine einen Boden mal geändert und das hat gleich um Längen um Längen besser getan was den Boden angeht und die Verhältnisse und das gleiche sollte ich vielleicht jetzt auch nochmal tun dann weiß ich auf jeden Fall dass ich beim nächsten Mal immer durchwechsel die Felder und ich alles auf eins mache so okay die Wiese haben wir auch jetzt müssen wir mal gucken ich glaube hier ist unser Kleefeld hier ist unser Kleefeld dann kann ich das auch nochmal mähen dann ist das auch weg dann können wir hier schon mal die Silage einholen das ist auch gut so gut liebe Lüte ich würde aber sagen für euch soll es das für heute gewesen sein ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen hoffe die Folge hat euch Spaß gemacht hat euch gefallen würde mich natürlich freuen wenn ihr ein Abo Daumen hoch Kommentar da lasst schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein wünsche ich euch einen schönen Abend schönen Nacht einen schönen Morgen je nachdem wann euch das Ganze anschaut und sagt bis zum nächsten Mal dann dann Vielen Dank.